75 Jahre Nürnberger Kodex. Freiwilligkeit. Immer. Von Felix Pervor. Am morgigen Samstag wird eine Gedenkveranstaltung zu 75 Jahren Nürnberger Kodex ausgerichtet. Der Kodex verlangt absolute Freiwilligkeit und Aufgeklärtheit bei jedem medizinischen Eingriff, insbesondere bei Experimenten. Der Nürnberger Kodex und Corona-Politik in einem Atemzug sagt, gilt der zeitgemäßen Kleingeistigkeit als Holocaust-Verharmloser oder, in den Worten der Gewerkschaft Verdi, als jemand, der die, Zitat, Corona-Politik in die Nähe der NS-Zwangsmedizin rücken will, Zitat Ende. Unfreiwillig komisch und mit dem üblichen inhaltsleeren Schmäh-Vokabular diffamiert Verdi die Initiativen Ärzte für Aufklärung und Ärzte stehen auf, die am morgigen Samstag eine Gedenkveranstaltung zu 75 Jahren Nürnberger Kodex ausrichten. Diese wiederum schreiben, Zitat, Aus aktuellem Anlass und um grundsätzlich jedweder Unterwanderung durch rechtsextremistische Gedanken, faschistische Gruppierungen und Aktivisten von vornherein entschieden zu begegnen, veröffentlichen wir mit dem heutigen Tag diese gemeinsame Erklärung, Zitat Ende. Anlässlich des historischen Jahrestages wollen sie der weltweiten Opfer von Zwangsmedizin gedenken. Sowohl den Gewerkschaftlern als auch der Bundesärztekammer müsste verständlich sein, dass der Nürnberger Kodex zwar eine Reaktion auf die Medizinverbrechen des Nationalsozialismus ist, sich aber keineswegs in dessen Kontext erschöpft, sondern die, wie es in ihm heißt, Grundlage des Gesundheitssystems festlegt. Zwanglosigkeit und Aufgeklärtheit erklärt er zur legalisierenden Voraussetzung eines jeden medizinischen Eingriffs. Unmissverständlich hält er fest, Zitat, Die freiwillige und informierte Einwilligung des Patienten nach bestmöglicher Aufklärung, informed consent, ist eine prinzipielle Grundlage aller Behandlungen im Gesundheitswesen, aller Heilversuche und aller medizinischen Experimente am Menschen. Zitat Ende. Damit widerspricht der Nürnberger Kodex nicht erst einer jeden Impfpflicht, sondern schon der allgemeinen Mobilisierung, sofern sie auf sozialem Druck und Fehlinformationen beruht. Daran sollten die ungeimpften Mitarbeiter einer Regensburger Klinik denken, die jene kürzlich anbettelte, die weiteren Entwicklungen und Entscheidungen abzuwarten und keine Maßnahmen zur eventuellen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses am UKR zu erwägen, wie es in einem Schreiben heißt, dessen Echtheit sich die Berliner Zeitung bestätigen ließ. Weiter berichtet sie, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft inzwischen für die Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht plädiert. Mit der Omikron-Variante sei diese nicht mehr sinnvoll. Zu Zeiten von Delta soll sie dies aber gewesen sein. Unter dem Druck drohender Versorgungsengpässe durch ausfallende Klinikmitarbeiter lässt man also von der Impfpflicht ab, rechtfertigt jedoch rückblickend die eigens befürwortete Einführung derselben. So leicht darf man es ihnen nicht durchgehen lassen, denn kompliziert, also abhängig von Daten- und Studienlage, war es von Anfang an nicht. Es verbietet sich prinzipiell Menschen unter Androhung von Jobverlust mithin existenzieller Angst zu einer Injektion zu nötigen, selbst wenn die Corona-Impfstoffe nicht nur bedingt, sondern regulär zugelassen wären. Denn, wie gesagt, jede medizinische Behandlung setzt unbedingte Freiwilligkeit seitens des Patienten voraus. Erschwerend kommt hinzu, dass die Bedingtheit der Zulassung bedeutet, dass die Impflinge faktisch Probanden der noch laufenden Zulassungsstudien sind und obendrein eine neuartige Biotechnologie zum Einsatz kommt, womit das gesamte Projekt der Sache nach, unabhängig von der Intention der Beteiligten, den Charakter eines großen Experiments annimmt. Diese Einsicht brach sich durch die Rede von Versuchskaninchen häufiger auch auf offizieller Seite bahn. Der Kodex nun spezifisch zu medizinischen Versuchen. Zitat Kurze Erinnerung Doch auch dort, wo es weniger offensichtlich ist, sollte man ihm Geltung verschaffen. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC ließ jüngst eine Tatsachenbehauptung stillschweigend verschwinden, über die zwischen Befürwortern und Kritikern der Corona-Impfstoffe erbittert gestritten wird. Es geht um die Frage, ob das Spike-Protein kurz nach der Impfung verschwindet oder nicht. Es könnte sich überall im Körper verteilen, schwurbeln die einen. Es löst sich schnell auf, Fakten checken die anderen. Nun ist Folgendes passiert. Der Satz Die mRNA und das Spike-Protein bleiben nicht lange im Körper, befindet sich auf der aktuellen Seite des CDC nicht mehr, wohl aber in der archivierten, worauf TKP-AT hinwies. Das spricht dafür, dass der US-Behörde inzwischen handfeste Erkenntnisse vorliegen, die die ursprüngliche Behauptung als nicht länger haltbar ausweisen. Wie auch immer es sich in dieser Frage rein faktisch verhält, zentrale Sachverhalte standen und stehen zur wissenschaftlichen Debatte, nachdem man mit dem Impfen der Bevölkerung begonnen hatte. Diesbezügliche Erkenntnisse werden im Verlauf der Massenimpfung gewonnen, wobei von offiziellen Stellen aus Rückzieher gegenüber vorherigen Behauptungen gemacht werden. Unzählige junge Menschen wurden etwa mit AstraZeneca geimpft. Mit welchen Folgen? Bis man befand, es lieber nur noch den Älteren zu verabreichen. So etwas nimmt in Kauf, wer Arzneimittel vorschnell für die Bevölkerung freigibt. Damit zu einem letzten Beispiel. Dänemark hat inzwischen damit aufgehört, Kindern die Covid-Impfstoffe zu verabreichen. Auf die Frage, ob die Kinderimpfungen ein Fehler gewesen seien, sagte der Direktor der dänischen Gesundheitsbehörde, Sören Broström, im dänischen Fernsehen, Zitat, nach heutigem Kenntnisstand ja, mit dem, was wir damals wussten, nein. Nur konnte man freilich auch damals wissen, dass die Impfstoffe nicht vor einer Ansteckung schützten und schwere Verläufe bei Kindern nicht relevant seien, wie welt.de ihn zitiert. Man habe gelernt, dass die Impfung von Kindern in Dänemark nicht zur Bekämpfung der Pandemie beigetragen habe. Wie vielen Kindern wurde kurz-, mittel- oder sogar langfristig geschadet, um zu dieser banalen Einsicht zu gelangen? An Corona versterben weniger Kinder als bei Verkehrs- oder Badeunfällen. Selbst Influenza ist für sie gefährlicher, wie die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie im April 2021 konstatierte. Die, Zitat, extreme Seltenheit eines schweren oder gar tödlichen Verlaufs von SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen ist nicht geeignet, als Argument für Schul- oder Kitaschließungen benutzt zu werden. Zitat Ende. Und damit auch nicht für Covid-Impfungen. Allerdings sei angemerkt, dass Dänemark immerhin seinen Irrweg verlässt, wovon in Deutschland keine Rede sein kann. Der Nürnberger Kodex ist eine ethische Richtlinie, die unmittelbar keine Rechtskraft besitzt, aber in Medizinrecht übersetzt wurde. Nach geltendem Recht, nicht nur in Deutschland, stellt die informierte Einwilligung oder auch das informierte Einverständnis eine Bedingung für medizinische Eingriffe dar, ohne die es sich bei ihnen um strafbare Körperverletzungen handeln würde. Thomas Maul spitzte dies auf achgut.com einmal zu. Zitat Ende. Dies sei allen ins Stammbuch geschrieben, die den Nürnberger Kodex reflexartig beiseite schieben, wenn es um die Corona-Impfungen geht, von deren gesundheitlichen Folgen über dies noch sehr viel zu reden sein wird.